habt ihr bock auf einen geilen party ab? wird richtig wild hier heute? ab geht's let's go! hallo meine lieben eFootballfreunde meine PES-Freunde und meine fifa-Fanboys wie geht's euch? letztes stream im jahr noch mal hier ich freue mich euch im chat zu lesen ich freue mich jeden einzelnen zu sehen hier wir machen heute richtig party wir machen heute einen drauf noch mal und euch noch mal zu begrüßen heiko kommt hier rein und kommt heiko vielen vielen dank du bist auch einer der jetzt in diesem jahr dazugekommen ist und auch krass supportet vielen vielen dank für deinen support auch auf dem server immer fleißig am schreiben boah da kommt mir fast die pizza hoch ist denn heute schon silvester 11 monate schon am start geil wir werden so ein bisschen das ra das ja das ra das sprach fehler ist da wir werden so ein bisschen das jahre wie passieren lassen was ist in diesem jahr alles passiert es gab ja viele momente viele einschneidungen heute auch für meinen kanal heute wo ich mich dann irgendwann zurückgezogen habe in der reichsleine gezogen und gesagt so streaming ist erstmal vorbei streaming ist jetzt erstmal nicht mehr mein ding auf jeden fall gönne ich mir heute mal ein und ich hoffe ihr habt auch ein bier bierchen am start oder ja sekt waren wir jetzt irgendwie nicht nach mir ist er so nach cola leute geht er so nach cola und ich habe echt drauf geachtet gelernt keine flaschen mehr nach dem letzten mal vorsicht cola great alf genau ich habe längst an der dose geholt da werden wir heute noch mal drauf gehen ich habe schon ein team im kopf dass ich heute spielen werde aber ich will noch mal der ein oder anderen team miteinander vergleichen wir gehen natürlich heute auch in e-football rein heute das ist meine statistik leute ich habe 100 tore in 22 spielen ja und 20 wins er will mich tanzen sehen aber für dich mache ich mache ich schon einen lockeren hüpfschwung hier ich muss noch ein bisschen üben ich bin noch nicht so locker an der hüfte aber glaubt mir nachher geht einiges mit dem whisky im arsch es läuft schon ein bisschen besser jetzt amit ich weiß ja nicht amit so aus welchem land kommst du ist das nicht auch er in der orientalischen richtung ja da bin ich noch nicht ganz garantiert da muss ich mal ein paar standstunden mit dir nehmen aber dann weißt du dann mache ich nicht nur so dann drehe ich dabei auf meine hände macht man das nicht dann irgendwie jetzt kommen vorbei und dann werden hier die hände gedreht wie gesagt meine statistik und feier christos das heißt ich habe mich da noch mal richtig zusammengerissen jetzt reicht es aber bei dir ja nicht doch dein letztes geld ich will auch nicht nur ein letztes hemd also brudi pass auf dich auf du brauchst auch morgen noch ein bisschen kohle für den sekt ich brauche keine bots im jahr 2022 stefan rico ciao ihr könnt gehen ihr könnt gehen da muss ich euch nicht mehr bezahlen dann táopf an die ganze tasche ist leer oder einfach liebe das hat man das mal gesehen hat dann alles voll alter der ganze boden man das so ein support gibt es nur bei dem stream hier party time i love it gut sie herzlichen dank man das hört gar nicht auf alexis neu dabei wer ist doch nur dabei grüße gehen raus und napoli ich war unzufrieden mit napoli muss ich echt sagen die haben mir die ersten zwei spiele nicht gefallen ja auf jeden fall napoli nie wieder ich hab geschwitzt mit napoli wie nichts gutes ich hab zwar alle spiele gewonnen und kam dann irgendwann auch klar aber wisst ihr was die entscheidende umstellung war das haben wir ja im stream dann auch erkannt das wird ein krasser januar ich sag's euch jetzt schon mal gerade auch weil ufl dieses live event bringt merkt euch den 27 januar vor das ist ein donnerstag zum glück ein donnerstag das ist natürlich hier mein stream tag und wir wollen hoffen dass das auch von der uhrzeit her passt ansonsten werden wir ja auf jeden fall dieses live event egal zu welcher uhrzeit auch streamen außer ich muss an dem tag dann irgendwie zu der uhrzeit auch arbeiten das gucke ich mal ich glaube ich nehme den tag frei oder habe baumsschmerzen leute ich muss vielleicht da sein live event von ufl wird auch spannend auf diesem kanal hat sie für dich jetzt erst mal 600 sekunden pause time out die liegt hier nur eine wand weiter tschüss schatzi ab mit dir auf die stille treppe tut mir leid das liebe ich endlich mal die macht in der beziehung endlich mal die hosen an alter einmal im leben und morgen fliegst du mit einer rakete auf den mond tschau schatzi grüß dich grüß woran hat es gelingen hey leute sniper modus alter was soll das denn jetzt schon wieder hier knock knock fbi schatz stürmt gleich ich glaube ich bin gleich richtig ärger gleich wieder internet stecker gezogen weiter das wäre es doch schatzi wieso bist du denn wieder da haben die die 600 sekunden nicht gereicht oder was einzeln in chat wenn man meine meine frau noch mal 600 sekunden bekommen soll einzeln in chat jetzt sind alle bestimmt 22 222 alter ja ja ich hab's gesagt alter alle auf einmal zwei nur wenn eine frau im stream ist nee lass die frau doch hier wir wollen ein bisschen flirten alter sie ist zwar vergeben aber vielleicht kommt ja eine nachricht von mir ganz gut an alter und vielleicht ist ja krisskross irgendwann mal getrennt dann habe werde ich durch diesen chat bestimmt irgendwann mal kontakt bekommen schau leute so läuft die internetwelt aber nicht als jetzt rein in den chat die ganzen geier darauf arbeite ich hin bruder geiler ihr seid witzig ehrlich so läuft die internetwelt nicht leute ihr seid alle verblendet schatzi kannst du mal bitte schlafen gehen die männern die drehen schon alle wieder durch die haben schon irgendwelche vorstellungen gerade da geht es jetzt nur noch um themen die überhaupt eigentlich gar nichts mit diesem stream zu tun haben das ist irgendwie jetzt davon kommen wir jetzt ganz schlecht weg also wie sollen wir jetzt von diesem thema weg ja ich wollte so ein bisschen über das jahr quatschen das war ein sehr emotionales jahr ich habe irgendwann gesagt leute dass ich hier aufhöre mit dem ding hab auch dann aufgehört und ja war dann zum beispiel beim hermes im interview habe ein ausführliches interview über die gründe gegeben ich war einfach ausgebrannt was das streaming angeht und ich muss echt sagen mit PES 21 dann irgendwann auch glaube ich so emotional am ende dass wenn ich da so viel geld rein gesteckt habe das einfach nicht mehr gepasst hat das streaming ding weiter durchzuziehen weil ich nicht auch persönlich natürlich nicht weiter gekommen bin und immer das gefühl hatte das spiel drückt dich dann immer wieder zurück und wie lange sollst du noch nach vorne powern und gas geben und dann dann im endeffekt dauernd diesen frust auszuhalten und auch diese freiheit nicht mehr haben zu können das war ja damals gründe warum ich dann aufgehört habe mit dem stream ich habe diese freiheit nicht mehr gespürt für mich dass ich das eher als druck empfunden habe oha donnerstag jetzt wieder stream und dir gefällt dass du fühlst dieses spiel einfach gar nicht mehr so und du hast eigentlich diesen bau im hinterkopf wir haben uns ein haus gekauft du müsstest eigentlich was machen ich bin dann ja immer getingelt noch von der von dieser baustelle hier zur alten wohnung habe das für euch echt versucht durchzuziehen und irgendwann saß ich dann halt im garten sexy girl 90 60 90 1 euro ich vermisse dich in meinem badeband stream hey lkl wenn du jetzt nicht aufhörst damit alter meine frau glaubt das wirklich dass mir da jemand schreibt jetzt ist so sexy girl kann nur älke fest sein ja sexy man ist ja auf keinen fall deswegen glaube ich auch dass es ist so schon viel riskiert wie ich finde ich habe ein spiel was tot ist weiter gestreamt aber man muss auch sagen im endeffekt habe ich alles richtig gemacht ich bin in diese lücke reingegangen es ist jetzt eine nische wir sind weltweit der größte und meist geguckt die football stream und haben es uns auch im endeffekt verdient ja ihr habt mir diesen support jetzt ist das ding endlich mal drin kriss schoss ist wieder weg in der game jetzt ich bin wieder weg in der game und dieses vertrauen ja in mich habe ich euch hoffentlich zurückgegeben dass ich sage so hey es gibt noch ein paar leute die wollen sich mit kuname e-football beschäftigen und ich verspreche euch dass sehr sehr viele leute von pest zurückkommen werden die mir den rücken gekehrt haben dass viel vieles kommen aber auch viele dazu durch e-football durch ufs wieder mehr jetzt frag mich jetzt wo soll ich eine neue herbekommen hier ist ja ich habe sie wieder geschmissen gleich bockwurst leute es war fast wieder soweit ich darf ich auch wenn ich es gerne mache auch besonders für dich greatalf es war habt ihr das gesehen es war fast wieder soweit das ist der doppelte mit der doppelte der muss drauf der doppelte muss drauf er muss noch mal gut klappen ja das war schon das ist ein bisschen geschmeidiger der ging ab der ging ab gar nicht wo lang richtig ich habe ihn geholt oder so ein gegner oh ich lege mich hin oh nein das sah man richtig wie man es zwischen den fingern ausgespritzt ist alter wichtig ist 1-0 man 10 0 2 burschte ja da ich ja 10 siegel 2 niederlande da merkst du sofort gut zu wissen aber jetzt okay bei dem ist das gut zu wissen starker spiel halt ne keine chance man muss ich im ersten geben oder so ein schwitzer treffen hier ja ja wie wichtig wie wichtig alter let's go sorry für eure ohren aber da muss ich feiern so ein ding mann wichtig alter das ding ist durch mann ja mann alter das ding ist durch mann yes baby alter i love it leute gg in den chat mann guter gegner krass faires spiel krass faires spiel auf augenhöhe alter krass faires spiel krass faires spiel auf augenhöhe alter kongu ich zitter noch ehrlich dass diese games bringen mich wirklich zum zittern weil das sind spiele da entscheidet einfach in evo jeder kleine fehler für alle englische das war nicht ein warm-up-game das war ein sweater-game ein sweater mit einem schönen sweatshirt oder t-shirt leute ich brauche jetzt schon pilz ah pilz für die skills alter ist so oder 120 zuschauer 120 nice to see you my stream we are my english friends nice to see you here you can ask me everything you want and i hope in the next months i can learn english for understand all questions leute mann 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 fans warum feiern die auswärts fans nicht mann was ist da los meine passfreunde warum feiern die auswärts fans nicht mann ja oder mann heißt bale und macht das ding das礙ium mit rechts von da rein nein nein da ist 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 es wirklich kein kein so schlechter spieler aber wir sind halt besser wir sind halt besser alter also ich finde einfach so ein toni groß und krediger vor allem haben uns kannst wir haben uns in russland das genick gebrochen das geht nicht mehr so was du kannst du kannst solche leute nicht mehr spielen lassen ich muss hier nicht so viele umwegen jetzt einfach ich habe eben noch und die gesprochen vielleicht macht man schlitzert ich würde immer bringen vielleicht bundestrainer ich bin jetzt anrufen der hat geknallt ich hoffe das kleid mit dem tor die so dreht sich jetzt noch morgen noch übermorgen eingedreht bruder da knallt hier ich habe gesagt wenn es knallt dann richtig alter drehe ich dich rein auf dem bierdeckel größte kind ich feiere dieses game heute doppeltouch müsst ihr lernen ist nichts besonderes mehr da kann man nicht mehr mit angeben mit diesem ruf das ist einfach das muss drin sein für euch ja der double touch leute der muss einfach der muss einfach sitzen da müsst ihr da muss man dem muss man den muss man können ja den double touch muss man auswendig lernen ist nichts besonderes ja man kann es auch abfeuern bisschen geht nicht mehr aber es ist kein besonderer move mehr 11 meter jetzt da rein ja respect 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 for gareth bad 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 Das heißt, weh, weh, ja, ist ja gut. Mein Englisch ist not so gut, Alter, habe ich dir damals schon gesagt. Aber ich muss sagen, die Verbindung heute, irgendwie, also vom Gefühl her jetzt in den letzten Games, 1A, Alter. Oh, schön angetäuscht und nochmal angetäuscht und rein. Wir müssen es ausnutzen. Wir müssen es ausnutzen. Wenn er so einen Fehler macht, müssen wir es ausnutzen. Da nicht schießen, Leute. Wenn er schießt, hält er Torwart in eine Antäuschung rein. Beste Teilen mit der Christophs bist der Beste. Ah, Babo, das kann ich nur zurückgeben. Du bist natürlich nicht der Beste. Ich bin der Beste. Du bist der Zweitbeste. Aber ich muss dir was sagen, Babo, sehr sympathisch. Also wie gesagt, sehr sympathisch. Und meine Spieler, guck mal, die laufen dir schon sogar hinterher. So sympathisch bist du, Alter. Ja, die wollen dich feiern, Babo. Guck dir das an. Wo bist du? Die suchen dich gerade. Wo ist der Babo? Wo ist der Babo? Wo ist unser Babo, Alter? Ragequid. Winstreak on 16. Chillig? Prost auf euch. Auf ein geiles 2022, Leute. Darauf freue ich mich schon richtig. Und auf ein noch viel besseres 2021. Weil es war ein geiles halbes Jahr. Ich war ein halbes Jahr weg. Das tut mir auch noch von der Herzen leid. Weil, ganz ehrlich, ich habe es vermisst. Aber es tat mir auch gut. Und ich habe Kraft gesammelt, jetzt für euch immer so beständig dabei zu sein. Und ich stoße auf euch an. E4 Hype jetzt nochmal für uns alle in den Chat, Leute. Prost auf euch. Auf die Zukunft. Auf die Gegenwart. Auf die Vergangenheit. Auf alles, was wir miteinander erlebt haben und durchstehen. Ich hoffe, dass wir noch weitere geile Zeiten miteinander verbringen werden. Auf jeden Fall. Prost, Jungs. Das wird auch spannend hier. For me the week was not so good. This week is better. Leute, dass ich die einzigen zwei Sätze nicht kann, Alter. Was willst du machen gegen mich, Mann? Da kannst du Bilbao oder sonst mehr sein. Da bist du der König von Spanien. Aber ich bin hier. Ich bin Chris Cross. Ja? Der Ivo King von Germany. Ich habe es gesagt, Leute. Ja? Er ist auch manchmal abgehoben. Er ist auch manchmal abgehoben, Alter. Hashtag Eigenlob hier in den Chat rein. Maa, wie ist das endlich, Alter? B, das ist mein Fokus für dich, Mann. Ich küsse deine Ohren. Mann, da ist das 2-0 von Modric, Alter. Timo, neun, das ist die Armee. Was geht ab, Leute? So was kriegt ihr nur hier, Alter. Heute ballern wir. Heute ballern wir. Heute ballern wir, dank mein Fokus. Was ist das für ein Support? Schon wieder ein Fünfer. Unfassbar, was für ein Jahresanschluss. Map Hobbs tut der Güsse hier. Ah, Modric, das war der entscheidende, Alter. Das war der Decider. Das war der Decider, Alter. Das war der Decider, Modric, Alter. Dass du da den Fuß reinhältst. Ich liebe dich. Mann, 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 Alter. Chris Cross ist aber heute on fire, Alter. Ich verstehe es nicht, Leute. Chris Cross ist on fire. Leute, was geht ab, Alter. Wie soll ich das Spiel jetzt nicht feiern, Alter? Das ist jetzt da. Boom. Und meine Frau steht gleich hier. Dann macht es auch Boom. Und das ist Ende für mich. Schönen Arbeit noch. Kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein frohes neues. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bleibt gesund. Achtet auf euch. Und Jungs, jetzt muss ich erwarten. Guten Rutsch euch. Kommt gut rein. Danke für den anderen lieben Spielen. Das war der Abschluss einer meiner Highlights dieses Jahr. Unfassbar. Ja, Comeback noch stronger, Alter. In 2022, Alter. Danke für den Zuschauer-Durchschnitt. Danke für alles, was ihr mir gegeben habt. Danke, dass ihr mich supportet habt. Richtig geil, dass ich euch heute zeigen konnte, dass ich dieses Spiel beherrsche, Alter. Mega, ne? Immer weiter, immer weiter, Jungs. Glaubt an euch. Lernt von mir. Und bis zum nächsten Stream oder Video auf YouTube. Bis dann. See you, Leute. Macht's gut und supportet die anderen Jungs, ne? Haut rein. I love you too, man. I love you too. Mega, bollige. Bella, ciao, ciao, ciao. Was für ein Streamer, Alter. Mann, guten Abend, Jungs. Und tschauze.